Weil ich wollte nie Architekt werden. Einen fetten Bier wie M3 einsteigen und irgendwo zur Regierung von Niederbayern heizen. Es hat sich nie die Notwendigkeit ergeben, Bayern zu palatschen. Dann bin ich Foodblogger. Ich hab auch kein Haus gebaut, weil ich sag, ich will ja nicht für mich bauen. Ich will für andere Leute bauen. Ich bin der absolute Autofest-Fan. Ich mische alkoholfreies Bier und echtes Bier in der Reihenfolge. Ja, es ist trausam. Ich hab mein erstes Geld als Jugendlicher an der Börse verdient. Okay. Ich hab einfach Börsenspekulation gemacht, paar Aktion gekauft und damit meinen ersten Führerschein verdient. Herzlich willkommen zu VIP-Velo, der klimaneutralsten Talkshow der Welt. Heute zu Gast Architekt und Foodblogger David Meuer. Und hier ist der Facility-Manager der Deutschen Börse, Patrick Etze. Servus, grüßt Sie und hallo zu einer neuen Folge VIP-Velo, die klimaneutralste Talkshow der Welt. Heute sind wir im wunderschönen, beschaulichen, kleinen und schicken München unterwegs. Neben mir sitzt David Meuer. David, hi, grüß dich. Schön, dass du da bist und mitmachst bei unserem Architekten-Spezial. Du hast uns eingeladen, zu dir zu kommen nach München. Und wir sind jetzt hier gestartet, wie man es vielleicht ein bisschen unschwer sehen kann. Wir hatten heute nicht das schönste Wetter bis jetzt, aber es hat aufgeklart und wir haben jetzt hoffentlich eine Lücke gefunden. Und du zeigst uns jetzt ein bisschen dein München und wir dürfen jetzt ein bisschen mehr über dich erfahren. David, wie geht es dir? Alles gut? Super, danke schön. Wir haben ja schon kurz gesprochen. Du warst im Urlaub, bist, glaube ich, auch ein bisschen erholt, frisch. Wir sind jetzt im August unterwegs hier. Paris warst du, oder? Ja, genau. Eine Woche Paris. Eine Woche Paris. Jetzt mal wirklich eingangsmäßig. Wenn du, wenn du einen Urlaub machst, bist du dann der Typ, der wirklich ganz viel Architektur, ganz viel Gebäude sehen möchte? Oder bist du eher der Typ, der sagt, weiß ich nicht, ich gucke mir, weiß ich nicht, Museen an? Oder was bist du so für ein Urlaubsziel? Weil es ganz interessant bei Architekten und Architekten, die die Urlaub machen. Das Wichtigste bei mir im Urlaub ist Essen. Essen? Essen. Essen, okay. Bei uns ist Urlaubsplanung so, meine Frau sagt, wo sie ungefähr hin will. Ja. Dann schaue ich, was gibt es dann Restaurants? Ja. Dann schaue ich, was kann ich reservieren? Und dann werden zu den Restaurants und zu den Wegen die Hotels reserviert. So. Das ist mein, ja, von nix kommt nix. Du hast aber, ich habe es ja ein bisschen, glaube ich, auf Insta habe ich es gesehen, du bist ja schon so ein kleiner Foodblogger, oder? Also würde man es heute sagen, oder? Ja, ja. Wenn man Essen, wenn man Essensbilder anderen Leuten teilt, dann, wenn man das dann Foodblogger. Dann bin ich Foodblogger. Braucht man auch selber, oder? Ja, ich brauche alles selber. Ich brauche alles selber. Also alles, was du auf meinem Blog, wir müssen nach rechts rum. Ach so, ja, gut. Okay, dann kommen wir die Jungs auf. Genau. Das ist, das ist immer, ihr kommt schon nach. Ja, ich bin immer ganz froh, wenn jemand weiß, wo es lang geht in der Stadt. Ich weiß es meistens halt nicht. So, das ist halt München. Ich bin mit dem Rad Tatsache noch nie in München unterwegs gewesen. Also in der Hinsicht für mich auch heute spannend. Ähm, ja, Essen. Und hast du so eine Lieblingsküche, also was du selber gerne kochst? Ähm, nein. Keine Richtung so richtig. Und auch nicht irgendwie so eine Regionalität sein. Nur was ist da und worauf habe ich gerade Bock? Ah, okay. Es ist auch echt so, ich koche immer das, was im Kühlschrank ist. Ja. Und das wird dann Pferd kocht. Okay. Das ist sehr, 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 sehr schön. Ähm, ich habe ein bisschen, habe ein bisschen geguckt, ein bisschen recherchiert. Ey, du kommst aus Vilshofen. Ja. An der schönen Donau. Ja. Und, ähm, wir fangen mal ganz immer von vorne an. Was mich am meisten immer interessiert, bei Menschen, die da ich mal einen beruflichen Werdegang einschlagen, ähm, gab es dafür einen gewissen Moment? Gab es einen Moment, wo es für dich klar war, ich werde Architekt? Ja, den gab es tatsächlich. Aber es ist ein ganz seltsamer Moment. Ja. Weil ich wollte nie Architekt werden. Okay. Ich habe mein erstes Geld als Jugendlicher an der Börse verdient. Okay. Ja, hab einfach Börsespekulation gemacht, ein paar Aktien gekauft und damit meinen ersten Führerschein verdient. Also, okay. Also, ja. Du bist zehn Jahre älter als ich, du bist 74er Jahrgang. Ähm, wie kann man da, wie kann man sich das vorstellen, Geld an der Börse zu verdienen? Ja. Also jetzt mal wirklich für mich so, für Unwissenden, wie macht man sowas? Das war damals ganz seltsam. Da musste man zur Bank gehen. Ja. Einen Zettel mit der Hand ausfüllen. Ja. Den abgeben. Die haben das dann in ein Formular eingetragen. Ja. Nach München gefaxt. Gefaxt. Das macht man ja heute auch immer noch. Gefaxt. Kam eine halbe Stunde später dann von der Münchner Bank. Ja. Eine Bestätigung, dass eine Aktie gekauft wurde oder nicht. Okay. Hat echt lang gedauert. Ja, das glaube ich. Also. Ja, mein Vater hat mir damals ihm die Erlaubnis gegeben, mit Mark quasi anfangen zu spielen. Und ein Freund und ich haben uns damit beschäftigt und damit wirklich auch schon täglich bisschen Geld verdient. Okay. Okay. Nur mal kurz für mich geradeaus oder? Rechts. Wir fahren nach rechts. Ja schön. Wir fahren rechts und können auf eine Radweg gehen. Alles klar. Das Radweg klingt gut. Radweg klingt super. Da siehst du die Radweg? Ja. Los gucken. Ja, super. So. Okay. Wie hat das dann gedauert, bis so eine Bewegung stattgefunden hat? Das klingt schon ein bisschen langer. Es hat einen halben Tag gedauert, bis du es gekauft hast. Okay. Also nicht so wie jetzt dieser Hyperfrequenzhandel in Millisekunden. Ja, eben. Einfach so einen halben Tag. Okay. Und dann haben wir mit dem Fearing gemacht. Das heißt, ich habe mir früh überlegt, was kaufen wir heute. Ja. Sondern zur Bank gegangen. Die haben um neun aufgemacht. Haben unsere Order absetzt. Dann zur Eisdiele. Cappuccino trinken. Ja. Und dann haben wir später dann die Beleg abholen. Okay. Abgefahren. Ja, ja. Online Banking gab es ja noch nicht. Nee, eben. Das ist ja alles, ne? Gar nicht. Okay. Ja, aber wie alt warst du denn da? Da war ich so 15, 16. Ernsthaft? Ja. Aber wie kommt es denn dazu, dass du als 15-Jähriger, wie kommt man da auf dieses Interesse? Ich broke jetzt mal eben. Äh, ich habe Wollspread gesehen. Den Film mit Michael Douglas. Nein, stimmt. Da gab es ja mal einen Film mit Michael Douglas. Wall Street. Genau. Okay. Und der hat uns inspiriert. Da ist ein Mensch, das wäre doch was cooles. Wall Street, Börsenhänder, da machen wir was. Okay. Und dann haben wir uns lang damit einfach interessiert und unser eigenes Börsenspiel gemacht. Ja. Da war die Bank und mein Spitzel und ich haben dann quasi die Aktien beobachtet und haben bei ihm eingekauft, so ein Buchspiel. Ja. Und dann haben wir angefangen diese Charts zu zeichnen. Ja. Die gab es nämlich nicht. Okay. Heute kennt jeder die Charts aus dem Internet und aus dem Fernsehen. Ja. Die musste man damals teuer kaufen. Okay. Mit einem Blatt, ich glaube 20 Mark gekostet. 20 Mark. 20 Mark. Mit einem Blatt. Mit einem Blatt. Wo dann von einem Jahr die Kursbewegung drauf war. Ja. Von einer Aktie. Okay. Und dann haben wir gesagt, das machen wir selber. Okay. Haben wir einfach für 10 Aktien, die uns interessiert sind, jeden Tag einen Punkt macht. In so einem Koordinatensystem haben wir unsere eigenen Charts gezeichnet. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt wissen wir, was wir kaufen können. Sehr abgefahren. Total spannend. Sehr abgefahren, wirklich. Und das wollte ich machen. Okay. Geld an der Börse. Geld an der Börse. Unbedingt. Ja. Und dann kam ein Bekannter von meinem Vater daher, der hatte nachher die Tourbüro. Ja. Kinderlos. Okay. Und sagst du, Mensch, dein Sohn ist nicht ganz blöd. Der könnte Architekt werden und mein Büro übernehmen. Okay. Okay. Papa, ich hab keinen Bock. Okay. Verstehe. Mein Papa hat mich freundlich motiviert, dass ich mal ein Praktikum mache bei dem. Okay. Und dann bin ich ins Praktikum reingegangen. Ja. Und dann war das einfach irgendwie zu cool. Okay. Er hat mir gesagt, kommst erst um 9. Ja. Dann kam ich um 9. Dann kam er auch. Ja. Erst mal schön Käffchen trinken. Ja. Dann Leuten ein paar Anweisungen geben. Ja. Dann fette BMW M3 einsteigen und irgendwo zur Regierung von Niederbayern heizen. Aha. So macht man das. Genau. cool. Okay. Aber wir reden schon noch von Architekt. Architektur. Okay. Architektur. Ja. Und da haben wir gesagt, Mensch, wenn das so cool ist, du wirst den ganzen Tag nur mit coolen Leuten unterwegs unterhältst du dich mit denen. Das ist so spitze. Ich will Architekt werden. Ja. Ja. Ja, aber coole Zeit. Wie alt warst du da? Da war ich gerade 18. 18,5. 18,5. So und um den Drehwunden. Ja. Ja, war gerade 18. Meine Freundin hatte ich schon. Also meine jetzige Frau. Ja, cool. Glückwunsch uns ja auch mal was lesen. Und dann so nach einer Woche hat er, Mensch, ist das geil. Ich will Architekt werden. Ja. Bin dann ins Studium gegangen, fand das Studium cool, entspannt. Und hab dann angefangen zu arbeiten und festgestellt, hey, mit BMW M3. Ja. Mixkästchen und arbeiten lassen. Ja. Mal selber arbeiten. Ja. Und dann hier drauf. Ja. 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 Okay. Dann bin ich alle weggewonnen. Okay. Okay. Aber ich hab's nie bereut, sondern ich liebe es. Ja. Weil irgendwann kam ich dann schon nach dem Punkt, wo ich organisieren dürfte. Ja. Also kein sozusagen so ein Erweckungserlebnis, so hey, Architektur ist Wahnsinn und so. Das wäre jetzt nicht die nächste Frage gewesen. Gab's irgendwann so diesen, diesen Holy Moment, wo du sagtest, jetzt ist er so halt mein wegen vielleicht in die, als du da in dem BMW drin saß. Ja. Wir fahren mal durch hier durch Untersee. Das ist Unterseeboot. So. Merci. Dann muss man da drüber. Ja. Das ist München. Ist München fahrradfreundlich? In deinen Augen? Normalerweise schon. Normalerweise nur bei Baustellen nicht. Nein. Grundsätzlich sehr fahrradfreund. Echt ja? Die machen viel für Fahrräder, weisen eigene Wege aus und das ist schon ganz gut. Fahr auch gerne Radl. Ja. Fahr auch gerne Radl. Ich versuchte die Arbeit zu fahren. Okay. Okay. Also wenn ich kein Auswärtstermin habe, wo ich das Auto brauche. Ja. Super. Super. Jetzt haben wir weiter geradeaus oder? Nein, wir machen wieder auf die andere Seite, oder? Okay, wir müssen jetzt hier bloß. Ah, verstehe alles klar. Ja, genau. So. Unglaublich, wo wir auch noch da kommen. Du, das ist, äh, diese, diese, diese alte Dame hier, die kommt, sagt, überall durch. So, machen wir mal hier. Ähm, nee, aber dieser Holy Moment, also bei Politikern gibt's sowas oft, bei Künstlern gibt's sowas oft. Gab's denn so diese, diesen kurzen Moment, wo es einfach wirklich bei dir so Knacks gemacht hat und wirklich gesagt hat, das, das könnte eine Berufung sein für mich, weil, das ist ja schon auch ein Beruf, der viel mit sich bringt? Hm, nein, glaube ich nicht. Das hat sich wirklich entwickelt. Okay. Also es war also die anfängliche Begeisterung. Ja. So, hey, das ist ein cooles Leben, das würde ich haben. Ja. Und dann aber mit dem Studium und dem Interesse mit der Beschäftigung damit, hat sich's dann entwickelt. Okay. Dann ist es wirklich so eine, so eine Liebe zum Beruf geworden und halt zu diesem architektischen Arbeiten. Ja. Das ist so mein Ding ja auch, was ich gerne mache. Ja. Und, ähm, ähm, dann, dann kommt man natürlich, wenn man, wenn man Architekt werden möchte, nicht um das Studium herum, ne? Und, ähm, tatsächlich nicht, gell? Ja. Du hast ein Diplomstudium gemacht in Regensburg, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, also du bist, du bist ja eigentlich dein, dein Leben lang auch irgendwo Bavarie treu geblieben, ein bisschen, ne? Also wenn ich jetzt so ein bisschen, ähm, nachlese. Bestimmt. Ich lege da, sag ich mal, dieses, dieses bayerische Herz in dir, wo du sagst, mei, ich muss ja nicht raus, hier habe ich ja alles. Ja, genau so ist es. Tatsächlich. Nein, äh, es hat sich nie die, die Notwendigkeit ergeben, Bayern zu verlassen. Und, äh, nachdem meine Frau ja auch bayerische Beamte ist, ja, ist es schwierig, dann irgendwann mal wieder aus Bayern rauszugehen. Verstehe, da wird man sozusagen regelrecht, äh, angekettet. Genau, sozusagen. Okay. Nein, aber ich bin, äh, in München angekommen und ja auch glücklich. Also über Regensburg, dann darf man in Würzburg studiert nebenbei. Ja. Meine Zeit lang in Erlangen, als Zweitwohnsitz gelebt, wo meine Frau dann dort war. Ja. Aber München war schon immer irgendwie das Ziel. Super. Ähm, wenn du jetzt, wenn du jetzt, sag ich mal, ich höfst mir jetzt mal so ein bisschen mit den Themen, aber ich finde es auch immer ganz spannend. In München, wenn du jetzt sagen würdest, ich komme jetzt ein Wochenende nach München, wo würdest du mit mir denn zuerst in München hingehen? Was würde für dich denn die höchste Priorität haben? Würdest du mir jetzt ein Gebäude zeigen wollen, wo du sagst, mega geil, weil ich Architekt bin und ich fasse das jeden Tag an, wenn ich vorbeigehe dran. Hatten wir auch schon. Ähm, äh, äh, oder bist du dann eher der sagt, komm, ich zeig dir jetzt mal das, das gemütliche Würzhaus oder halt ein Restaurant. Also was ich jetzt wahrscheinlich fast schätzen würde, oder? Ja, genau. Du sagst. Also wenn du zufällig während dem Oktoberfest hier wärst, würde ich mit dir sofort aufs Oktoberfest gehen. Ernsthaft? Ernsthaft. Ernsthaft. Ich bin der absolute Oktoberfest-Fan. Du möchtest also diese Lanze brechen, dass das Oktoberfest eigentlich nach außen hin so ein touristisches Ding ist, sondern dass es auch wirklich Münchner hingehen. Also Minger gehen auch aufs Oktoberfest. Auch Münchner gehen hin und ich als Münchner gehe gerne wegen der Internationalität hin. Ja. Es ist so schön. Du triffst so viele unterschiedliche Leute und man hat so unglaublich schöne Begegnungen am Oktoberfest. Ja. Das ist Wahnsinn. Also ich bin wirklich jeden Tag draußen. Okay. Zwei Wochen lang. Aber geht denn, geht denn ein Münchner anders aufs Oktoberfest als ein Tourist? Also hast du, hast du vielleicht Tipps und Tricks, wo man sagt, ich will jetzt nicht mal ein wenig ins Käferzelt gehen, oder? Ja, das kann man sich sparen wahrscheinlich. Ja. Also Käferzeln ist ein Catering-Unternehmen und ein großer Koch, glaube ich, und dann hat sein Zelt da immer nur für die Alte. Also das Promi-Zelt. 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 Ja. Nicht so laut. Hilfe! Wie viel Mal schaffst du? Haha. Pro Stunde eine. Pro Stunde eine. Ja. Das ist natürlich dann die, die wir an, die Folgefrage, wie viele Stunden bist du denn so vom Torfest. Aber das wird jetzt ein Geheimnis bleiben. Äh. Ja. Und welche Maße ich trinke? Ich verstehe. Ich verstehe. Ehrlich gesagt, unser Kritik. Echt? Ich mische alkoholfreies Bier und echtes Bier in der Radenfolge. Ja, ist ja trausam. Aber wenn du sechs Stunden am Oktoberfest bist. Oh! Das ist ja... Sechs Maß echtes Bier sind sogar nie zu viel. Das glaube ich. Ernsthaft. Also mich kickt eine Maß, ehrlich gesagt, schon. Das ist dann so, wo man... Aber ich glaube, das ist auch das Gefährliche immer, dass viele es unterschätzen. Das ist halt so... so eine Maß, die dann halt unheimlich, äh, unheimlich schnell irgendwie dann dir echt den Kopf verdreht. Also ich höre da raus, du bist ein geselliger Typ. Das finde ich toll an euch Bayowaren. Und wie gesagt, eine Hälfte meines Herzens schweigt bayerisch. Und das ist das Tolle, dieses Gemütliche, ne? Und macht sich das, jetzt ganz doofe Frage, macht sich das bei dir in deiner architektonischen Arbeit bemerkbar? Gemütlichkeit? Versuchst du eventuell sogar Leute, jetzt mal ganz doof, ich bin ja außerhalb des Facts, aber... Versuchst du Leute durch Architektur zusammenzubringen, dass man halt irgendwie... Das klingt total blöd, ich weiß aber... Das ist genau der richtige Ansatz. Absolut richtig. Äh, genau das ist es. Äh, ich bin ein großer Fan von Harmonie. Ja. Gemütlichkeit sozusagen. Ja. In unserem Bauteam auf der Baustelle. Ja. Ich mag gerne das Teams zusammenarbeiten. Ja. Wir arbeiten partnerschaftlich... Wir müssen hier rechts ran. Ja. Äh, mit den Firmen zusammen, mit anderen Planern. Ja. Weil mich nervt nichts mehr, als wenn gestritten wird auf der Baustelle. Ja. Weil das ist verlorene Energie. Ja. Und das ist dann vielleicht... Ist das der gemütliche Aspekt von mir? Weil ich einfach sage, ich will nicht ums letzte Schraube im letzten Cent irgendwie aufs Blut streiten, sondern einfach sagen, gemeinsam machen wir was fertig, sodass alle zufrieden sind. Ja. Ja. Und das ist vielleicht das bei Jovarisch dann. Ich glaube aber tatsächlich... Also macht sich das dann auch... Ja, macht sich das dann im Endprodukt Tatsache bemerkbar? Oder ist das... Ist das eher... Naja... Weiß ich nicht. Vielleicht jetzt irgendwie... Ja... Nee, ist eine doofe Frage. Aber ist die Arbeit zum Schluss dann vielleicht sogar Tatsache ein bisschen schöner als andere? Ich weiß nicht, ob sie schöner ist, aber akzeptierter. Okay. Wir müssen links rüber. Also wir fahren jetzt hier links? Wir fahren jetzt hier links. Alles klar. Das ist viel akzeptierter. Ja. Das stelle ich fest, weil wir nehmen die Bauherren mit. Wir nehmen ganz, ganz viele Nutzer mit. Ja. Es ist uns sehr wichtig, dass wir für den Nutzer bauen. Und nicht für uns. Ja. Es steht zwar... Und natürlich liegt da immer irgendwo Meuer das Label dran. Aber ich baue ja nicht für mich, sondern für den, der reingehen muss hinterher. Ja. Ich sage immer, wenn das Gebäude fertig ist und mängelfrei... Ja. Dann gibt es für mich eigentlich keinen wirklichen Grund mehr da rein zu gehen. Ja. Weil dann ist ja jemand da. Ja. Der benutzt es, der bewohnt es, der eignet sich das an und deswegen nehme ich den gerne mit. Ja. Weil ich möchte, dass ein Nutzer hinterher sagt, ja genau das wollte ich. Und das ist uns wirklich auch wichtig, dass wir die... Die Lehrerschaft. Ja. Die Elternschaft. Die Sekretärinnen. Egal wer da drinnen ist. Ja. Die müssen mitgenommen werden, weil man hinterher eine sehr, sehr hohe Akzeptanz schafft. Ja. Wenn man zum Beispiel irgendwas... Manchmal gibt es so Farbaspekte, dass du machst ein farbiges Treppenhaus oder irgendwelche Farben in Fliesen mit rein, dann machen wir einen Vorschlag. Ja. Den wir prinzipiell gut finden. Ja. Und dann gehen wir zum Nutzer und sagen wir, schau mal, das wäre unser Vorschlag. Ja. Wenn der aber sagt, du pass auf, grün ist nicht unser Thema, wir hätten es gerne orange. Ja. Dann suchen wir ihm ein schönes Orange. Und dann habt ihr mich der hinterher, geht da rein und sagt so, mein Orange. Sehr gut. Das ist eine schöne Einstellung. Sehr schön. Jetzt dann auch gleich mal ganz provokant. Siehst du dich als Künstler? Oh. Ganz ehrlich, ganz klar direkt. Nein. Echt nicht? Nein. Komisch. Ich habe so viele Architekten und Architekte nur dabei fragen dürfen und die Mehrheit sagt, nein, verstehe ich immer gar nicht, weil ich sehe euch als Künstler. Nein. Nein. Künstler sind viel freier. Ja. Künstler, die dürfen was gestalten, die haben eine wirklich Materialität und so weiter. Bloß wir müssen halt für Menschen was machen, das dann hinterher auch benutzt wird. Ein Kunstwerk oder irgendeine Statue oder sowas, die steht da. Ja. Und die muss eigentlich nur schön sein und muss eigentlich nur dem Platz hier dienen. Und was das Kunstwerk dann an Arbeit macht oder an Ärger verursacht oder was auch immer, ist eigentlich egal. Bei Kunst muss sogar ein bisschen reiben. Ja. Ich finde, Architektur muss nicht reiben. Ja. Kann, vielleicht ist es manchmal die Aufgabe, aber hauptsächlich muss Architektur dienen. Ja. Weil das Gebäude ist nicht um das Gebäude willen da, sondern um den Menschen, um uns irgendwas zu erleichtern und zu verbessern. Ja. Und da sehe ich mich als Dienstleister. Ja. Nicht als Künstler. Okay. Es ist halt so als Otto normal Bürger, der durch die Straßen geht und Architektur. Du kannst ja, das ist ja das Irrsinnige, du kannst ja nirgends hingehen oder irgendwo sein, ohne mit Architektur in Verbindung zu kommen. Egal was. Es ist alles Architektur. Es ist ein Gebäude, ein Straßenbild, alles ist architektonisch. Und ihr Architekten und Architektinnen habt ja eigentlich die Aufgabe, was zu schaffen, was eigentlich erstmal für ewig sein soll. Ob es dann so ist, ist immer eine andere Frage. Da hat die Natur ja immer noch ein bisschen was mitzureden und und. Hat man davon eine gewisse Ehrfurcht? Absolut. Also ich schon. Ja. Ich schon. Also ich denke mal, wenn ich da was hinstelle, dann soll es zumindest den Platz nicht schlechter machen. Ja. Das ist meine Mindestanforderung. Okay. Aber auch das liegt ja am Auge des Betrachters. Also was ist jetzt schlechter, was ist besser? Ja, ich glaube, dass ein paar gewisse Grundsachen gibt es schon, woran man sich einigen kann, dass es gut ist. Ja. Und es muss halt in irgendeiner Art und Weise den Zweck erfüllen, den das Gebäude machen muss. Ja. Und natürlich muss uns klar sein, wir können nicht einfach ein Update drüber laufen lassen. Wir fahren übrigens gerade über die Wünsche der Stromschwellen. Ich glaube, Eisbach. Eisbach. Das sind die Eisbach-Surfer und die Eisbach-Surfer. Auch einzigartig mitunter in Deutschland, ne? Also wo du wirklich in so einem kleinen Bächlein eigentlich surfen kannst. Mitten in der Stadt, wie in der Stadt. Was würdest du denn, was wäre denn dein Werbeslogan für München? Wenn du jetzt, wenn die Münchner Stadtregierung sagen würde, Mensch, damit mach uns doch mal einen schönen Münchner Spruch. Hältst du einen? Ich bin nicht spontan. Ist auch nicht schlimm. Aber München ist eine schöne, lebenswerte Stadt, oder? Absolut. Absolut. Ich stelle fest, es ist leider genauso laut wie in Berlin, wenn man an Hauptstraßen fährt. Das ist Radwege. Es gibt sie. Man könnte sie natürlich mit der Zeit wahrscheinlich auch mal wieder ein bisschen schöner machen. Würde mich schaden. Würde mich schaden, ne? Aber sonst, München eine sehr lebenswerte Stadt. Absolut. Nee, aber zurück vor der Ehrfurcht beim Bau. Also, ähm, gibt es, gibt es, war da weiter lang? Wir fahren jetzt hier runter. Ja, wir fahren da vorne. Runter in den englischen Garten. Runter in den englischen Garten. Oh, das ist toll. Das ist geil. Da sind wir schon im englischen Garten. Richtigen Weg gefunden. Wir standen auch schon mal vor Toren. Und sind dann, äh, englischer Garten, sehr schön. Genau. Weißt du, warum der englischer Garten heißt? Wegen der Gartenarchitektur. Okay. Wegen dieses wilde, dieses verschlungene, wir bleiben da ein bisschen rechts. Ja. Und wir arbeiten uns dann links rüber. Ja. Im Gegensatz zum französischen Garten. Okay. Ich war ja gerade in Versailles. Ja. Versailles, ja. Versailles, ja. Versailles kennt das sind strikte Linien, alles ganz gerade und sauber geschnitten und gestutzt. Ja. Und der englische Garten ist das nicht. Okay. Das sind so ein bisschen verschlungene Wege. Da gibt es dann Wiesen, da gibt es einen Bachdorf. Äh, die Bäume dürfen Bäume sein. Ja. Und müssen keine Skulpturen sein. Ja. Und das macht dann so einen englischen Garten aus. Aber wenn nicht immer so Briten und also Engländer und Rasen, dann fällt mir immer die Nagelschere ein eigentlich, ne? Wir fahren links. Wir fahren links. Wir fahren links. Genau. Dann auch rechts, links. Nein, wir fahren dann rechts. Also rechts. Also rechts. Sehr schön. Das sind immer zu nah an der amerikanischen Botschaft. Hahaha. Oh ja, das wollen wir vielleicht heute mal nicht riskieren. Ja. Ja, ne, weil ich finde, Briten und Rasen halt immer, dann ist immer dieses, dieses, dieser Vorurteil, ne? Mit der, mit der Rasen, äh, Nagelschere schneiden sie ihren Rasen. Aber sind die Briten eher verschlängelt, ja? Im Garten anscheinend? Die sind da ein bisschen entspannter als die Franzosen, genau. Okay. Interessant. Ähm, weißt du, wann der hier, wann der hier erbaut wurde? Weiß man das? Der müsste irgendwann in den 1800ern gemacht worden, Ende der 1800er. Ja. Und ist auch wirklich so als, äh, quasi Naherholungsgebiet für die Münchner Bürger. Ja. Angedacht worden. Und der König sagt, da braucht er ein Stück Land und das schenkt man den Bürgern. Ja. Damit die sich hier flamieren können und rumlaufen können. Ja. Ist ja auch wirklich schon immer ein Bürgergarten gewesen. Ja. Also kein Schlossgarten. Ja. Nicht im Orden oder sonstigen vorbehalten, sondern wirklich für den Bürger. Ja. Man muss ja sagen, dass ihr Bayern ja eigentlich immer Glück hattet mit den Königen, ne? Ihr hattet immer so Märchenkönige. Ja. Ich erinnere mich nur an Ludwig II. und Neuschwanstein. Ja, ja, ja. Aber mal ganz ehrlich, der Junge hat euch, glaube ich, die Zukunft gerettet, was Tourismus angeht und ähnliches. Absolut. Absolut. Also, wer noch nicht ins Schloss Neuschwanstein war, hat wirklich was da passt. Ja, ja. Muss hin. Ja, ja. Das ist also, auch wenn es so kitschig ist, man muss einfach hin. Wollen wir jetzt hier rein? Wir waren hier rein, genau. So fangen wir an dem Eisbach entlang. Ah, super. Ja, das sind so architektonische Großtaten. Ja, ne? Das ist auch wichtig. Ja. Also, finde ich gnadenlos wichtig, sowas zu machen, weil das bringt dann auch Tourismus und es macht dann auch wirklich Sinn, da zu investieren. Wir haben uns, Bayern hat sich massiv verschuldet für das ganze Zeug. Ja, ich glaube auch, das wurde lange abbezahlt, ne? Also, ähm. Und hart abbezahlt von den Völkern. Aber es war eine langfristige, sehr gute Investition. Ich sag mal, im Vergleich zum Beispiel mit Hamburg mit der Elfphilharmonie. Ja. Die war halt sicher nicht billig. Hm, nur ganz günstig war sie nicht, glaube ich. Nein. Aber es hat einen echten Wert. Ja. Da hat es sich gelohnt, wirklich Geld zu investieren. Ja. Oder ist diese klassische Bilbao-Effekt quasi. Ja. Du baust irgendwas Verrücktes, Teures, Wahnsinniges, wo die Leute unbedingt hin wollen und es anschauen. Und dann hat es einen Sinn. Hast du einen Traum? Also, hast du einen Traum, was du für ein Gebäude oder was auch immer noch in deinem Leben gerne mindestens anstoßen möchtest zu bauen? Oder wirklich dann auch noch zu Ende sehen? Es ist ja ja früher in der Geschichte, weiß man ja viel auch nicht, dass zum Beispiel, wenn ein Dom gebaut wurde, ne? Der Architekt hat meistens das Ende ja nie erlebt, ne? Ja. Das waren dann immer mehrere Architekten, die dann übernommen haben und, und, und. Gibt es denn irgendwas für dich, wo du sagst, das wäre einfach wie mein Lebenstraum jetzt? Einfach mal so, keine Ahnung. Irgendwas Großes, Wildes anstoßen, meinst du? Ja. Ah. Nein. Echt nicht? Nein. Ich hatte ganz komischerweise öfters hier jemanden sitzen, die meinten Museen. Ach na. Da habe ich auch mal gefragt, warum ein Museum? Ja. Und dann meinten sie, naja, weil ein Museum einfach halt ein Gebäude ist, was halt einfach auch meistens sehr lange steht. Genau. Und halt auch irgendwie meistens was Schönes beinhalten kann, ne? Wo man halt für Leute auch rein können, auch für die Öffentlichkeit. Und. Ja. Es sind sicherlich ganz interessante Bauaufgaben. Und da kann man sich auch wahnsinnig verspielen und verwirklichen. Ja. Aber dieses sich selbst verwirklichen, das ist nicht mein Thema. Okay. Also da ist für mich der Dienstleistungsgedanke dahinter. Ich verwirkliche gerne die Träume anderer Leute, aber nicht unbedingt meine. Okay. Also ich lebe zum Beispiel auch in einem gemieteten Haus. Ja. Ich habe mir kein eigenes Haus gekauft, damit ich nicht selber da irgendwas rumbaue. Okay. Und ich habe auch kein Haus gebaut, weil ich sage, ich will ja nicht für mich bauen. Ja. Ich will für andere Leute bauen. Okay. Also vielleicht eher wie so ein Künstler, wie so ein Musiker, der gerne auf der Bühne Musik für andere macht. Ja. Dann frage ich anders. Was wäre denn deine, über welche Auftragsarbeit würdest du dich denn am liebsten freuen? Also worauf hättest du denn immer so richtig Bock, wenn dir jemand sagt, bau mir das mal bitte? Oder plan mir das? Ich war jetzt hier dann links über diese wunderschöne Brücke. Ein Stadtteil. Ein Stadtteil. Ein Stadtteil. Ein Stadtteil. Also ein Quartier, wie man heute sagen würde. Oder von mir was auch eine ganze Stadt sein muss. Ja. Aber irgendwas, wo so alles drinnen ist. Ja. Was ich dann so organisieren könnte, wie ich mir vorstellen würde, dass es gut wäre. Ich muss dann die Häuser gar nicht alle bauen. Ja. Aber so das Organisatorische rundum, einen Rahmen zu schaffen für die Menschen, damit die dort vernünftig leben und arbeiten können. Okay. Das könnte man vorstellen, ja genau. Das klingt, das klingt wirklich sehr, also halt auch sehr volksnah. Also ist halt, was du auch schon vor allem meinst, ist diese Gemütlichkeit. Also das ist, ich kann mir auch vorstellen, wenn du dann wirklich die Möglichkeit hättest, ein Quartier zu planen, ich glaube, du würdest unheimlich viel Gemütlichkeit reinbringen wollen, oder? Dass die Leute Treffpunkte haben wahrscheinlich und dass das irgendwie so miteinander wird, ne? Ich würde die Leute fragen, was sie wollen. Ja. Und die würden genau das sagen. Ja. Wenn man die fragt, ja, was möchtest du dein Stadtteil haben? Ja. Du willst einen guten Italiener haben, du willst einen Markt haben, du willst einkaufen können und deine Kinder sollen nicht weit zur Schule haben. Das fühlt sich, für mich ist das so, ziemlich ideal. Ja. Und wenn man den Leuten fragt, was sie haben wollen, dann kriegt man das, was sie kriegen. Ja. Und ich muss es mir nicht ausdenken, sondern einfach aus den Leuten herausarbeiten. Also großes Credo kommunizieren. Viel kommunizieren. Und wie du schon sagst, das finde ich halt auch sehr schön, wenn Architektur wird ja für den Menschen gemacht, ne? Und Leute, die irgendwo wohnen oder leben müssen, dem muss es ja erstmal prinzipiell gefallen, ne? Genau. Die müssen ja gern dort sein. Ja. Also das sieht man ja in den, ja, Retortenstätten vielleicht oder sozialen Brennpunkten, das sind ja meistens Viertel, die sind einfach nur gebaut worden, um Menschen unterzubringen. Ja. Ohne sich darüber Gedanken zu machen, was der Mensch eigentlich will. Ja. Da haben wir Silos hingestellt, hier müssen jetzt, ich weiß nicht, 10.000 Menschen leben, egal wie. Ja. Und dann ist das natürlich nicht lustig. Dann leben die nicht gerne dort. Und wenn du nicht gerne dort lebst, dann machst du es kaputt. Ja. Das gibt die eBike-Fahrer, kenne ich das natürlich nicht. Biss ich eBike-Fahrer? Ja, okay. ich habe die nächste frage warum ebay war eigentlich ist doch das schönste wenn du diese ganze kraft von dir selber in dein fahrrad stecken rennradfahrer das ist super ja abends ja aber wenn ich früh ins büro fahren und ich keine elektrische unterstützung habe dann will das mittags keiner mehr riechen verstehe hier fehlt die dusche im büro wir fahren hier rechts und waren rechts rum ach schön da ist hier ganz historisch wo sind wir den lützungsmaximinium universität geschwister-schollplatz okay historischer ort alles der historisch weiße rose ja auch sehr wichtiger studentischer platz ja hier ist studentisches leben okay das ganze viertel hier rundum und das super ja aber selber was sind hier glaube ich war es nicht in der uni selber du hast wie gesagt regensburg und ach toll schön jetzt hier da über die straße drüber die straße drüber genau wir kommen dann auch immer da drüben kann man wissen schön das ist das ist das friedliche sieg ist so genau ja die berühmte ludwigs- oder leopoldstraße wenn der fc bayern wieder was gewonnen hat dann sind hier die konzerte rauf runter genau abends waren die lauten autos hier rauf runter ich habe die junge die sind schwarz dabei denn auch wieder eine frage von mir ja ha 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 für alle für alle nicht eingeweihten fc bayern oder acht jahre nicht so leibensfähig für 1860 ehrlich gesagt ich bin wirklich ein sehr schlechter fußballkenner aber ich glaube es gehört dazu oder münchen musst du dann auch ein fußballfan sein nein nein ich bin zwar mitglied beim fc bayern okay weil wegen der kinder und so weiter aber fußball interessiert mich eigentlich nur zu weltmeisterschaftsfinals ja da schaue ich fußball okay aber ansonsten samstag machen wir noch bleibt bei mir der fernseher aus weil mich nicht interessieren das ist ja auch alles gut aber was willst du eher angucken an sportarten wenn du mal tennis 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 ist mein sport okay wir müssen jetzt wieder links runter genau links runter war mal links runter ja schön das war mir auch gleich so auf die feldhahn halle zu und die uns platz ja da können wir es nicht rein weil da gerade die europäischen championships sind ja aber hier ist dann quasi münchner prachtmeile okay ja super ja und bevor wir dann diese prachtmeile jetzt erleben machen wir kurzes päuschen ja euch gibt es gleich weiter david meyer hier ist er so ist ja es wir sind zurück wir haben das päuschen gemacht ein bisschen luft heute aber gott sei dank kein regen wir sind froh drum immer noch bei uns david meyer autorat auf dem wittvelo architektur spezial heute aus münchen aus minger und wir sind jetzt auf der leo helfe ganz kurz auch nur die straße aber nur die straße super architektonisch passiert hier echt eine menge also also fürs auge da das ist so ist schon irgendwann eine prachtstraße in münchen diese oder klär mich auf also ja absolut das ist vom königs extra so gebaut worden ist ja hier als prachtstraße ja also mal zwei haben wir hier die ludwigstraße mit der verlegerung leopoldstraße hinten raus ja und dann die maximilianstraße okay wir quasi unsere große einkaufsmeilen prachtstraße ist die vorne links ist sie dann okay muss ich mal kurz gucken kommen weiter kommt was umgegen geschaffen war davon kommen wir doch oder ja 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 sehr schlank die dame ist schlank in gewissen momenten ist ja ja ich frage ich auch mal gleich direkt und wissen mal ins fachliche rhein wünschen miete so zwei stichwörter auf einmal die so irgendwie passt das zusammen ist das überhaupt noch möglich kann man sich will man sich eigentlich noch eine wohnung in münchen leisten kannst du uns da irgendwie hast du so ein bisschen ja wie sieht es denn auch gerade in münchen fruchtbar fruchtbar ja unglaublich teuer ja und wenn man ehrlich ist sind die mieten zu niedrig okay ja für das was wohnraum momentan kostet zu kaufen ja sind die mieten eigentlich zu geringen okay also total verrückte situation okay und ihr bist halt schon mal locker 20 22 23 euro für quadratmeter los wenn du wenn du es kam für dieses miete eines mietens okay wenn du es quasi nichts mehr unter 10.000 euro für quadratmeter 10.000 euro da ist es nichts tolles das heißt also so zum wohnklo ja und nicht die perfekte lage und so weiter sachen wovon wir träumen würden ja kosten so 20 25.000 euro der quadratmeter okay jetzt einmal virtuell ich bin student möchte in münchen studieren mir bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig entweder ich habe irgendwie familie in münchen wo ich irgendwie unterbekommen in der wesenkammer oder eine wg wahrscheinlich aber auch schon fast als nicht mehr möglich oder weil doch das ja so noch ja ja wie gs gehen noch wir haben viele studentenwohnungen auch ja also das funktioniert auch ganz gut also man kommt schon unter ja nicht in der ersten woche ja wenn man kurzfristig rankommt aber so bis allerheiligen haben eigentlich die meisten dann schon irgendwie ein zimmer gefunden ja natürlich münchen ist teuer ja muss man sich leisten wollen und leisten können aber ist auch unglaublich schön ja jetzt reichen mal einfach mal ganz doof warum ist münchen denn so teuer was macht in münchen jetzt halt dann so preisig teuer das versuchen wir immer so als wirklich ganz normale auto normal mieter nach rechts normal mieter was macht denn dann immer eine stadt so viel teurer war also viele gebäude stehen ja so eh schon und klar eine stadt entwickelt sich und es kommt viel dazu aber warum mussten es ist vielleicht die falsche frage an dich aber vielleicht deine persönliche warum müssen denn städte prinzipiell immer teurer werden vom wohnen es ich habe bis jetzt noch nie gelesen dass der stadt wirklich günstiger wird dann wird es auch nicht das ist irgendwie das ist einfach angebot und nachfrage ja ganz einfach mal in niederbayern wo ich herkomme sind die häuser vor ein paar jahren billiger geworden ok tatsächlich ja da konnte man dann wirklich relativ günstig sich irgendwo wohnraum kaufen ja weil es nicht attraktiv war ja und münchen deshalb einfach hoch attraktiv für alle die hierher wollen ja also für die großen firmen für die großverdiener haben microsoft wir haben siemens wir haben linde wir haben riesengroße firmen da ja mit bmw mit vielen leuten die viel geld verdienen und die können sich münchen einfach leisten ok und das ist aber ein schade weil dann das geld die leute verdrängt im prinzip kann man schon sagen eine grundfollehrerin oder grundfollehrer hat schon ein problem in münchen was zu mieten weil es genau ausgereicht und mit familie macht das überhaupt kein spaß mehr also das ist schon schwierig und da muss die stadt oder das land einfach ran ja da mehr zur verfügung zu stellen oder mehr zu ermöglichen einfach hast du denn das gefühl jetzt aus beruflicher sicht hin dass das da auch was passiert vom vom land oder von der stadt dass da jetzt dass er dagegen bisschen gearbeitet wird oder ist es eher so ein prozess so naja wir schauen mal und vielleicht wenn man irgendwann mal zeit haben machen wir es aber jetzt gerade nicht ja sie bemühen sich ja es ist sehr bemüht aber man steht sich halt kann man denn selber auf den füßen in münchen ja also münchen ist zum beispiel ja auch kuriosum der größte baugenehmigungsbezirk europas ok baugenehmigungsbezirk erklärst doch mal so was und fachlich in berlin an bauantrag stress ja stellst du den im bezirksamt ja und da gibt es im bezirksbürgermeister und bezirksbauamt und das genehmigt dann beim bauverhaben ok das heißt so ein bezirksamt ist dann zuständig für ich weiß nicht 100 120 130.000 menschen ja in münchen ist es alles eins ok 1,6 million menschen werden von einer lokalbaukommission betreut ok das heißt wenn du münchen bauantrag anstellt ein fest wird er von der behörde bearbeitet und dies für die ganze stadt zuständig ok und zwar für die komplette fläche von münchen und das dann das problem der präzedenzfälle ja wenn oben links in münchen was super ist und alle da oben links das super finden würden dann sagt unten rechts wo stopp mal wenn wir das jetzt genehmigen dann ist es aber ein präzedenzfall ja dann haben wir unten rechts ein problem deswegen wird oben links nicht genehmigt wenn sich das nicht auch bis zur zentralismus teilweise ja auch von millionendorf in münchen also wir fahren da vorne links wieder und alles klar also münchen ist ein riesengroßes dorf ja und wird auch regiert wie ein dorf ja und da ist ein bisschen meines erachtens für münchen das problem ja jetzt also es ist ja die frage ist ja immer auch natürlich werden muss muss natürlich jetzt auch jeder in der innenstadt und weil es ist es ist ja so eine sache ja auch schon oft unterhalten darüber städte wachsen natürlich auch nur wenn natürlich wachstum stattfindet nach außen hin wenn natürlich alle klar immer in die mitte wollen logisch dann kann halt eine stadt auch nicht so richtig wachsen also eigentlich ist es ja dann auch nicht mehr so verkehrt dass sie dass der normale bürger dann vielleicht ein bisschen dazu genötigt wird auch ein bisschen raus und halt den bisschen zu vergrößern also wir müssen das wohnen flexibler gestalten ja dass die leute auch einfacher und vernünftiger wechseln könnten ja wann macht ein stadt straß ja das ist super wenn du single bist ja das super wenn du ein paar bist ja ob ein junges paar oder ein altes paar ja das ist nicht ganz so geil ja wenn du drei kinder hast ein wichtiges gelände das entwickelt werden muss aber ich weiß nicht ob das hochhaus so wie es jetzt die hochhäuser wie sie jetzt aktuell geplant sind die richtigen sind da muss noch mal ran meine sagt okay bist du bist du denn eher pro hochhaus oder eher kontrapport oder so ich sage ein hochhaus macht überall da sind wo ein hochhaus sind macht ja es ist absolut standardabhängig ja wenn du ein standort hast du sagst es ist zwingend da muss ein hochhaus hin ja dann kann man da ganz ganz hoch und ganz viel bauen ja manche standorte gibt es die sich so geeignet sind dann muss man sich erzwingen ja also da bin ich eher ist einmal leidenschaftslos oder pragmatisch da wo es sein muss da muss es sein ja aber wer ist jetzt nicht so dahinter also sind nicht so dein architektonisches favorite wo du sagst boah geil wieder neues hochhaus wieder 50 stockwerke so geil nach oben weil früher ist man ja in der historie glaube ich in die breite gegangen ja heute geht man in die höhe ich frage was als nächstes noch kommt breit und hoch genau da ist dann so nee und aber du hast doch sicherlich auch architektonischen gewisses stecken fährt oder was ist denn so dein architektonisches stecken fährt also nicht architektonisches organisatorisch ja ich mag es wenn ein team baut ok haben wir vorher schon mal wieder gehabt ja ich mag es wenn planer zusammenarbeiten die sich kennen und mögen ja und dann gemeinsam eine gute lösung finden ja und ich mag es wenn man kooperativ mit firmen zusammenarbeitet und das ist mein steckenpferd ja also mir geht es mehr um den prozess ja für mich ist auch baukultur wir haben ja stiftung baukultur sachen wichtig ja aber wenn mich die baukultur weiter ja das ist nicht nur das was hinterher steht sondern auch das wie es vorher entstanden ist ja ich denke dass gerade so wir diskutieren viel über kata momentan ja wir können da reingehen die welt schaut wird sich darauf was passiert denn wenn stadien gebaut werden unter welchen bedingungen werden stadien gebaut und machen sich gedanken darüber dass es menschenwürdig und sinnvoll sein muss ja hier gerade sind sie anscheinend volle ball am königsplatz auch kein einfach mal so offen klar geil 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 wir müssen jetzt glaube ich da hat sie gesagt nein 1 vorher 1 2 da zwischen reichen machen war ja keine ampel mehr sehr schön ja ja das ist dieses dieses team bauen das ja ein thema und da habe ich einfach freude dran ja und du hast mir gerade noch so zugeflüstert was mit mono modularis modulatis bauen das ist quasi bauen mit sehr viel vorgefertigten teilen im zweifelsfall komplett vorgefertigte raumzelle ja die dann aneinander gestapelt werden oder halt vorgefertigte wände mit decken die gefügt werden ja weil das für mich an allen bereichen einfach nur vorteile hat okay und zwar wenn man sagt wenn die wand in einer fabrik vorgefertigt wird ja dann ist es da trocken ja da ist kein wind ja kein schnee kein hagel da haben die mitarbeiter ordentliche toiletten ja und pausenraum und kann daheim schlafen ja wenn wir das irgendwo machen haben die arbeiter alles das nicht dann müssen dann quasi in containerburgen arbeiten mit baustellenbedingungen zurechtkommen und so weiter ja und das finde ich ist nicht so optimal und die qualität dessen was entsteht handwerklich ja ist auch noch viel besser ja wenn du im trocken und schreinern kannst das ist besser als wenn du irgendwo bei wind und wetter draußen bist ja und wenn man das richtig macht und dann weiß ich den richtigen unternehmer dafür sucht dann kriegt man auch wieder ein bau team das heißt so ähnlich wie der generalunternehmer der alles baut ja bloß wir gehen her und lassen den unternehmen auch noch planen das heißt er kann so planen wie er gern bauen möchte wir sagen nur was wir wollen ja definieren die qualitäten die funktionen und ob dann der boden oder die decke aus holz aus stahl aus carbon kryptonit oder was weiß ich immer es ist vollkommen egal das heißt wir lassen handwerkern und firmen wieder frei halten und wollen nur die nutzung haben und die qualität und dann natürlich wenn so ein unternehmer hier geht und baut sich ein team zusammen dann baut sich der natürlich ein team zusammen mit leuten die er mag sollte man annehmen mit leuten die er vertraut ja ja und dann funktioniert es auch viel besser als wenn wir einfach nur irgendwelche weltfremd firma zusammenstecken also wenn ich das jetzt so richtig interpretiere auf meine meine sehr naive art ist das eigentlich der die weiterführung des plattenbaus ja also im prinzip weil letztendlich ja der plattenbau auch schon der erste weg dahin war dass man halt eigentlich sehr viel fertiges dann nur noch zusammenbaut ja und der plattenbau war in dieser entwicklung schon finde ich richtig ja und wichtig ja die qualität hat bloß nicht gepasst ja auf dauer und das ist unser grund wenn wir sagen wenn wir funktional qualitativ beschreiben bekommst du selbstverständlich das schlechtes möglichste was im rahmen deiner beschreibung möglich ist den satz muss ich ja ja es vergleich immer wie ich es ja ja alle in ein lokal und hat zum wird wird bitte präsentieren mehr 1500 kalorien was machten wird er wird ein stück butter hinlegen und wird für 150 1500 kalorien liefern können okay ja da hat dann hat er deinen ansprüchen genügt ja ich glaube den wir fahren da rein wir fahren da rein okay ja das war eine zone aber was wir tun weil sie auch eine zone blaue zone parkzone das ist innerstädtisch dürfen wir innerstädtisch partner zurück zum stück butter zum stück butter 1500 kalorien ja und dann bist du quasi gesättigt das stimmt jetzt willst du es aber nicht ja man kann sagen okay wir liefern mir 1500 kalorien aber es muss brot dabei sein ja dann würde dann krümmel brot drauf liegen ja oder das ist eine scheibe brot dabei sein die mindestens 120 gramm wiegt ja oder es muss ein gutes bauernbrot sein oder auf diesen bauernbrot heute schöne französische butter geschmiert werden ja es sollte noch ein schinken draufgelegt werden der kurz angebraten wurde ja und spiegel drauf dann kommst du langsam und das was du eigentlich willst ja und so musst du halt beschreiben was du haben willst ja wenn du dich beschreibst kriegst du es nicht da hast du vollkommen recht und das ist eigentlich auch so eine undenkweise ja vielleicht alle mal so ein bisschen auch ne weil wir ja letztendlich wirklich vielleicht auch unsere wünsche und bedürfnisse was das angeht bisschen mehr definieren müssten ja also sicherlich ist dann natürlich nicht alles möglich in den gewissen preisrahmen aber man kann vielleicht doch was anderes machen also wie schon sagt qualitativ vielleicht dann doch ein bisschen hochwertiger und ja wir verkünsteln uns in ganz vielen bereichen ja also auch ein thema was wir im bauen problematisch sehen diese ganzen den normen ja die uns ja wirklich alle stressen ja wir machen das was verboten ist und biegen links ab wo sind wir jetzt gerade jetzt sind wir hier am promenadeplatz hotel bayerischer hof michael jackson denkmal hier vorne michael jackson denkt michael jackson denkt man eigentlich eine modula statua ja aber weil michael jackson wieder in münchen war immer im bayerischen hof genäht die nächtigt hat ja und die fans immer davor gewartet haben haben wir irgendwann angefangen dort zum michael jackson bildchen hinzustellen ok gestorben ist es ist das dass ich so ein michael jackson schreiben also das ist inoffizielle michael jackson jetzt in so einer richtigen ist der einkaufsstraße jetzt sind wir mitten in der stadt mitten drinnen gleich rechts ist das radhaus ja wir können jetzt wenn man der tramboline folgen würden ja würden wir rauffahren zum maximianium zum bayerischen landtag ja also wirklich mitten drinnen jetzt statt nur dabei hier gibt es auch schon erste ganz tolle süßigkeiten leben ja ja aber was werden das leben ohne essen das ist doch mal ganz ehrlich ich bin ja auch ein schlecker maul und ich es auch sehr gerne gut geradeaus durch so hier sitzen besitzt die mit bestreiter jetzt einfach und herumfahren genau war super genau und hier das neueste größte münchner projekt die zweite stammstrecke das heißt u-bahn schätze ich mal es war am s-bahn auch die stammstrecke ja die sich gerade verdoppelt habt ja im preis und die bauzeit um zehn jahre verlängert wurde also ich sage mal wenn das sich rum spricht dann dürfen wir münchen nicht mehr über ber lästern lästern wir haben wir sagen wir bauen ja keinen flug auf genau für alle die sie ja nicht wissen der b der innerhalb von rekordzeit fertig tatsächlich aber nicht geöffnet wurde ja wir haben eine stammstrecke die jetzt auch ein bisschen länger aber ich hatte auf der hinfahrt nach münchen auch schon das gespräch wie siehst du denn das also lieber paar dinge vorher mehr klären und abklären und vielleicht noch mal prüfen als wenn dann irgendwie später eventuell was passieren sollte also ich sehe immer so gern das beispiel damals der terminal von charles de go ein architektonisches meisterwerk bis halt eingestürzt ist ja genau und würde mir dann auch denke mensch franzosen die künstler eigentlich auch von darunter fahren darunter darunter haben wieder rechtes davon ist das marienplatz oder dürfen die ratfahren wenn ich ratfahren also keine ecke darf man nicht ratfahren das ist ja geil hier von erschieben und ja da dürfen wir jetzt hier unten und super aber dieses wirklich noch mal vielleicht noch mal lieber noch mal prüfen noch mal nachgucken noch mal vielleicht doch noch mal einen statiker mehr drüber gucken lassen ja sicherheit sich verschaffen aber mit beinfreiheit arbeiten ok ganz finde ich ganz wichtig ja weil ich kann mich ja im prinzip tot prüfen gerade wenn ich irgendwo im bestandsbau unterwegs bin dann müsste ich jedes loch aufmachen um zu wissen was dahinter ist und wenn ich jedes loch aufgemacht habe dann kann ich sagt gleich richtig machen also deswegen große linien die wichtigen sachen an den kernpunkten prüfen aber sich bitte nicht tot prüfen das übertreiben wir manchmal ein bisschen ok ja ich weiß was du meinst noch nicht denke mir halt immer als als nutzer dann zum beispiel auch im berg und am flughafen naja gut wenn sie wenige schief gelaufen wäre jetzt da können wir den ganzen sender selber füllen damit aber so an sich es geht um den rauchzug ablage am anfang noch unter dem her ist ja eigentlich ganz gut wenn es vorher noch mal wirklich eventuell dann noch mal alles nochmal geprüft wird bevor es im notfall hat er echt nicht funktioniert und das ist wichtig ja die die wichtigen sachen musst du prüfen ja ja klar das ist da wo menschenleben abhängen wir müssen lernen wieder in schutzzielen zu denken ja und das oberste schutzziel ist und bleibt für mich menschenleben grundsätzlich wenn wir was bauen dann muss einfach sichergestellt sein dass da drin keiner umkommen ja und zwar wieder beim bauen noch beim nutzen hinterher und dann als nächstes können wir uns darüber unterhalten muss das gebäude stehen bleiben oder darf das gebäude abfackeln das ist finde ich schon eine wichtige diskussion weil nicht jedes gebäude das war mal ganz langsam dadurch das sind viele leute aber ist eine fahrradstraße und das ist der berühmte münchener victualienmarkt an dem wir jetzt vorbeikommen dann fahren wir hier mal ganz gemütlich durch das ist glaube ich somit die größte menschenmasse die wir uns jetzt bis jetzt ja mehr kriegen wir heute auch nicht mehr das ist unser peak für heute und dann haben wir es sehr gut mit menschenmassen schön hier hinter uns sehen wir das neue rathaus neue rathaus genau ein traum an die fahrerstraße kann ich erinnern vor vielen jahren war die auch noch nicht da also da ist etwas getan taxis dürfen noch durchfahren ja das nicht mehr klasse also münchen wird auch so langsam von innen heraus ja ein bisschen man man gewöhnt die leute ein bisschen um glaube ich langsam macht ja auch sinn weil er auf der fußgänger braucht platz natürlich und der fußgänger ist hier viel sinnvoller als autofahrer ja autofahrer kann irgendwo parken dann viele tiefgaragen ja da kann man super kein mensch muss hierher fahren ja außer als lieferant und der fährt frühs oder nachts ja absolut muss man schon frei machen für die fußgänger absolut es ist halt ich denke halt auch immer städte sind doch gemacht von menschen und nicht für autos das war ganz brutal sozusagen sehr klar man muss realistisch bleiben auto sind natürlich ein wichtiges mittel zum zweck und auch nicht mehr ohne sei es mal aber dass die städte städte mittlerweile so ein bisschen zu viel das ist so man richtet sich ja nur noch nach autos genau so das ist doch ja man hat sich nur noch autos gerichtet ja also weil es gab ja pläne für münchen wir wollten einen inneren autobahnring haben in inneren einen inneren autobahnring da wo jetzt der mittlere ring ist ja eine wichtige verkehrsstraße für münchen und da sollte ein autobahnring sein um noch mehr autos gefahren links hier ja noch schneller irgendwo hinzukriegen ja und das war natürlich klar es war damals die idee der zeit ja natürlich es war waren ungefähr dass die raten 70er vor allem 70er gehen das war in berlin auch tatsache so in berlin wollte man auch durch kreuzberg autobahn autobahn kreuz sogar und gott sei dank sei heute immer noch gas bewegungen es gab bewegungen die gesagt haben die das können die machen genau die beklopft ja was soll denn das und das sind weiterentwicklungen und dann merkt man dass die menschheit scheitert werden ja das finde ich super wir sollten einfach mehr einmal vielleicht glücklich sein darüber wenn wir halten lebensraum haben wenn wir was was sicher ist ein sicheren schönen lebensraum haben mit ja vielleicht ein bisschen besserer luft und aber du siehst ja auch ein trend hin dass da eher die städte jetzt wenn sie dann umgeplant werden auch mehr den menschen wieder zu also zwar ist die frage du hast gesagt ein stadtviertel wäre so wenn du das wäre was toll wie welche rolle würden autos bei dem stadtviertel spielen ja autos müssten schnell erreichbar sein stadtviertel autos müssten auch einen zugang haben ja zumindest es muss transportflächen geben ja mal ein schrank um ohne auto also du musst die möglichkeit haben dass du reinfahren kannst als du auch irgendwo vor die haustür hin kann aber längst über nur dann wenn es wirklich sein muss ja geradeaus weiter also wirklich nur dann wenn du sagst ich habe jetzt echtes bedürfnis und interesse weil ich was schweres rein transportiere oder von mir aus auch den wocheneinkauf ja klar und natürlich polizei aber ansonsten muss ich nicht jeder sein auto vor der haustür parken ja nicht zwei und drei autos für haustür parken sondern du musst schnell die sachen erreichbar haben aber an sich einfach eine fläche und raum für den menschen das ist wichtig und vor allem begegnungsräume ja das finde ich das ist eines ganz wichtig weil die leute sind soziale wesen wir brauchen wir können uns nicht im schulschacht und einsortieren und sagen ja wir haben das bedürfnis zu essen und zu schlafen und fertig sondern wir wollen leben wir wollen uns erleben und uns spüren und uns kennenlernen ja und dafür braucht bewegungsräume und bewegungspunkte da braucht es cafés da braucht es keine läden auch der kleine laden dass der eine chance hat ja und damit der kleine laden die chance hat braucht aber auch eine menge an menschen ja das sehen wir ja bei manchen jüngeren stadtentwicklungen die zu locker gemacht wurden ja das ist okay du hast jetzt schon irgendwie so eine dreigeschossige bebauung hier rum und dann ein tante emma laden und ein super macht aber der geht pleite weil zu wenig menschen rund um wohnen du brauchst bedichte ja und diese mischung aus dichte menschen zusammen und versorgung die funktioniert dann auch wieder ja er sich in der max vorstadt gewohnt hat also so nach dem studium bin ich nach wünschig gezogen ja ich habe kein auto gebraucht außer für die arbeit ja ich konnte auch jeden tag einkaufen gehen ist ja kein problem weil dann gehe ich runter der tängelmann der war dann irgendwie eine straße weiter und dann kaufst du was du heute morgen brauchst und da brauche ich nicht das große auto voll ja das funktioniert auch als gestandener architekt es ist ja auch so dass wahrscheinlich studentinnen und studenten natürlich auch immer aufschauen zu euch in einer gewissen form naja man möchte hat der vorbilder auch in alles ist ja ist ja auch gut so was würdest du denn was würdest du denn einem jungen menschen heutzutage auf den weg geben wenn jemand sich entscheidet architektur zu studieren und halt wahrscheinlich doch ein bisschen die welt verändern will was werden so deine deine jahr tipps oder sagen mal naja vielleicht hilfreiche hinweise oder sagen so dass es auch da auf jeden fall darauf achten denkt noch mal ein zweites mal drüber nach echt ja ja okay nein über alles einfach über alles einfach mal noch mal drüber nachdenken und vielleicht wechseln die perspektive ja das ist eines der wichtigsten dinge da muss man es rein die ich für mich so gelernt und erkannt habe dass die perspektive von anderen ja mir ganz neue sichtweisen eröffnet ja ich finde was gut weil super ja aber andere leute schauen anders drauf und wenn ich verstehe warum die mit einer entscheidung und einem entwurf sonst was von mir nicht zufrieden sind ja dann kann ich die kritik erst annehmen im zweifelsfall der ich sogar besser ja weil ich was verändere ja wenn ich verstehe irgendjemand leidet unter einem entwurf dann bin ich das ja nicht auf jeden fall dann ändere ich es so dass der gegenüber damit wieder zufrieden ist zufrieden sein kann ja und dann ist das auch super absolut die jungen sind wild ja und das müssen sie auch sein ja du warst du auch willst oder ein kommt natürlich weil ich würde jetzt also jetzt unterschreiben sofort ja natürlich auch gut so muss man auch sein ist aber ich sagte ich bin auch lernfähig einfach auch gelernt dass vieles was ich als junger gemacht habe nicht ganz so schlau war vielleicht aber gut das ist ja aus fehlern lernt man ja aber es ist denn so dass man halt auch als als junger angehender architekt und wenn man wirklich ein diplom architekt ist und ähnliches muss man sich da so ein bisschen dann den den respekt und die autorität dann auch erarbeiten ist es also die ältere generation darüber die dann sagen was willst du mir denn sagen ja es ist erstens die älteren und dann die die was anderes machen ja das ist ein hartes geschäft also ich kann man ja ich habe meine karriere begonnen als sicherheitsingenieur ja da habe ich dass ich mich um arbeitssicherheit auf baustellen gekümmert ja ein eher nachrangiges thema und war dann schon viel ehrenamtlich tätig an der kammer und so weiter und ich war immer nur so der der macht ja nur arbeitssicherheit kaum habe ich dann meinen job gehabt als architekt ja plötzlich bin ich in die lüge der architekten aufgespielt da war ich dann schon da haben da gab es dann kollegen die mich dann plötzlich die sie nach fünf jahren plötzlich meinen namen merken konnten die mich lange ignoriert und plötzlich der herr meuer ja dann habe ich ein büro aufgemacht und ein paar mitarbeiter und wir haben dann auch schon umsätze gemacht und ja ganz ordentlich ja als wir dann aber das erste mal bei einem architektenwettbewerb zweiter platzt wurde ja da bin ich dann in die echte riege der architekten auf okay da gab es dann tatsächlich kollegen mit dem habe ich schon über zehn jahre ehrenamtlich zusammengearbeitet ja die mich das erste mal waren schon haben und so wahrgenommen und so ach ja und jetzt ist auch was zeit ist es ist schon hartes also da kriegt man dann auch wirklich so mit wie der hase läuft dann erst ja also es ist wirklich ein hartes geschäft ja es ist tatsächlich so ich weiß nicht ob ich bin ich jetzt heute jung wäre ja es ist echt schwierig es ist schwierig aber um die perfekte überleitung zu finden es gibt nichts härteres im leben als die fünf fixen fragen und die bekommen wir jetzt jetzt kommt meine lieblings kategorie die fünf fixen fragen von uwe fünf fixe fragen so wir sind zwei meiner lieblings kategorie die fünf fixen fragen und uwe ich bekomme sie vielleicht im glitzernden umschlag wie immer trotz alledem wie immer ich distanziere mich vorweg weil ich nicht weiß was drauf steht das sind die fragen vom lieben uwe hier hinter uns die ihm auf dem herzen brennen und ich finde die erste frage weißbier oder helles weißbier sehr gut die zweite frage wäre sowie silvester lieber ein rammstein konzert auf der therese in wiese oder dinner vorwand mit der familie immer vor mehrere mit der familie sehr gut muss er geradeaus wir fahren rechts machen wir dann reiben uns mal hinter dem ein dritte frage holz oder beton holz 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 warum viel flexibler viel leichter viel schöner verarbeitbar und ich bin in der trainerei groß geworden okay mein großvater war schreiner toll ja wenn sie vorher wissen müssen aber immer beim nächsten mal ja das ist sehr gut vierte spiel vierte frage lieber vorausschauende politik gestalten haben raus oder noch 20 entlastungspakete raushauen lieber vorausschauende vorausschauende politik gestalten ganz wichtig ganz wichtig dass das paket katastrophe absolut ja also sorry ist finde ich so eine fünfte frage und letzte sogar schon moderne großstadt architektur mit hochhäusern oder konservative alternativen moderne alternativen moderne alternativen das ist auch gut ja also ja modern wir haben so leid mir wirklich tut wir haben die wir haben die runde geschafft ja also du hast gesagt wir haben wirklich nie haben vor allem geschafft mit dem wetter dafür also danke an den wetter gott sie haben das vorne wie schwarz kommen ja da kommt schwarz und ich glaube wir müssen uns auch gleich unterstellen das ist david meuer vielen vielen dank wirklich es war mir eine ehre ich hätte es unheimlich gerne mit dir über holz und schreiner gesprochen weil ich habe mich auch nicht in der familie aber das war beim nächsten mal das war wirklich die klimaneutrasse torsch oder welt heute wieder mit einem architekturspezial david meuer heute in münchen unterwegs und das ist uwe und wir jetzt noch ein eis essen oder was auch immer und ihr könnt euch auch alle anderen weiteren folgen angucken unten verlinkt und wir sagen tschüss servus für dich und ja bis zum nächsten mal servus servus